Geben Sie die erste Ferienwoche noch nicht auf. Morgen ist Besserung in Sicht. Die Sonne ist zurück und hat den Regen vertrieben. Das Beste aber ist, Ihr Comeback ist auch auf dem Thermometer abzulesen. Das Wetter präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen, dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralp. Stark in Preis, Auswahl und Service. Der Donnerstag wird trocken. Über den ganzen Tagesverlauf hinweg wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Die Temperaturen steigen von anfänglich 9 auf maximale 25 Grad und auch die Nacht wird bei 17 Grad mild und klar. Freitag und Samstag werden bei 21 Grad und Niederschlägen eher schmuddelig. Am Sonntag hat es sich dann erst einmal ausgeregnet und die Sonne übernimmt wieder die Führung am Himmel. Ihre ungebremsten Strahlen lassen das Thermometer prompt wieder in die Höhe schnellen. Das Wetter präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen, dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralp. Stark in Preis, Auswahl und Service. Das Wetter präsentiert von Kleider Müller in der Region Neckaralp. Das Wetter präsentiert von Kleider Müller in der Region Neckaralp. Untertitelung des ZDF, 2020